Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine kurze Skat-Story und Analyse. Was ist dem Ron Ulrich wohl mit dieser schönen Qualitätshand in Mittelhand, dem letzt beim Skat-Spiel passiert? Antwort verrate ich euch gleich. Vorher noch ganz kurz der Hinweis in eigener Sache. Ich bin inzwischen relativ häufig auch live auf Sendungen, könnt ihr mir als Kiepizze über die Schulter schauen, inzwischen auch auf Twitch. Schaut gerne mal rein, würde mich freuen, sucht mal dort nach Skatkrieger auf Twitch, guckt auch gerne in den Zeitplan, meist so ab 22 Uhr will ich da auf Sendung gehen und dann wollen wir Spaß beim Skat haben, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auch dafür interessiert. So, Ron hat mir diese Verteilung eingereicht, natürlich kurz vor Schluss im Turnier in aussichtsreicher Position, aber so oder so 4 Asset, 2 Zehner, noch der König dabei. Logisch willst du das Ding als gerang reizen, 20 kannst du drücken, also gute Karte. Schade, Vorhand reizt ein bisschen mit, das deutet natürlich immer schon auf so eine bisschen querstehende Verteilung hin, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, an diesem Blatt kommen die meisten Skatspieler nicht vorbei, ich also sicher auch nicht. Vorhand passt jetzt auf 30, könnte also ein Karo oder ein Herz sein, je nachdem wie er reizt, da was Karo als blank ist, vielleicht eher der Karo. Hinterhand hat kein weiteres Gebot. Ron guckt in den Skat und findet an sich ziemlich gut. Wobei, dieser siebte Volle ist manchmal schon so ein bisschen ein Problem, weil man sich jetzt nicht so richtig entscheiden kann, was zu drücken. Und der fünfte Pik macht die Farbe natürlich jetzt auch relativ lang. Gut, zwei Volle runter ist sicher jetzt immer noch das Mittel der Wahl. Inzwischen würde ich auch sagen, die Arbeitshypothese, Vorhand hat Karo gereizt, wo das Ass blank stehen geblieben ist, verstärkt sich. Ja, ich würde mal sagen, entweder einen Kreuzvollen und einen Pikvollen oder, so wie Ron es gemacht hat, 21 in Pik, sicher auch möglich. Ich glaube, ich hätte eher einen Kreuzvollen und einen Pikvollen gedrückt, um auch in Pik noch auf die 1,1 Verteilung im Vollen ziehen zu können. Aber das ist, denke ich, jetzt noch nicht das ganz große Problem. 21 runter, Grange annonciert, Vorhand ist losgelaufen mit dem Kreuz Buben. Das ist ja sicher nicht unbedingt unglücklich für uns. Abwurf einer Lusche, von hinten Karo Bube. Man kann übrigens auch diesen Kreuz Buben hier schon sehr zweifelhaft finden. Es stellt sich in der Verteilung tatsächlich heraus, Vorhand hat die beiden alten, hat Karo mit 2 gereizt. Also korrekt wäre hier sicher der Pik Bube, denn der Plan vom Vorhandspieler war ja, dem Alleinspieler die beiden roten Buben abzuziehen. Das war zumindest die Vermutung und den Hinweis, dass er selber den Pik Buben eben auch noch hat. Den kann er seinem Partner in Hintern viel besser geben, wenn er den Pik Buben spielt. Also schon eine kleine Unschärfe, aber so oder so sollten wir doch jetzt schon richtig gut davon profitiert haben, denn jetzt sind schließlich nur noch 2 Buben im Spiel. Klar, was jetzt passiert, Karo Lusche, alles andere wäre auch zu schön, um wahr zu sein. So im Moment, das hier ist übrigens gar nicht unser Stich, der gehört natürlich den anderen. So, bei 21 gedrückt sind das jetzt 32. Jetzt wollen wir hier einmal die beiden Asse gezogen. Kreuz Ass, Lusche, Lusche, 43. Herz Ass, Lusche, Lusche, 54. Ja, und jetzt kommt natürlich der Moment, wo der berühmte Elefant ins Wasser rennt. Ron braucht ja an sich nur noch einen Stich. Ein Stich reicht, also wenn Pik König mit Dame und Lusche läuft auf 61. Kreuz 10 läuft oder Herz 10 läuft, so oder so ist dann der Sack sofort zu. Kreuz König würde sogar auch reichen, wenn da Dame und Lusche kommt, aber dann kannst du natürlich auch die 10 spielen. Die Frage ist jetzt, hat Ron irgendeinen Anhaltspunkt, welche Karte er zuerst spielen soll? Was würdet ihr ihm hier vorschlagen? Ja, ich denke mal, weil eben nur noch zwei Buben im Spiel sind, ist es natürlich klar, dass jetzt nicht unbedingt Herz oder Pik gespielt werden sollte. Denn wenn es da zum Abstich kommt, dann spielt man eben dem anderen Spieler auch noch einen Stich hoch. In Herz fehlt noch Dame und König, in Pik, Lusche und Dame. Jeweils nach Abzug und einem potenziellen Abstich hat der Mitspieler plötzlich auch noch einen Stich hochgespielt. Das spricht doch ganz stark für die Kreuz 10. Denn selbst wenn die abgestochen wird, dann hat man eben noch zwei Farben, um wieder eingespielt werden zu können. Und eben auch im Kreuz noch diesen Rückhalt. Also deswegen glaube ich Kreuz 10 verpflichtend. Was ist tatsächlich jetzt im Originalspiel passiert? Und das ist natürlich mal wieder so typisch für Skat. Ron greift, naja, so ein bisschen Arctus jetzt hier eben in die Herz 10. Und dann passiert das Unglück. Es wird bedient und Vorhand, der eben den Karo gereizt hat, hat jetzt wirklich noch Kreuz mit, Pik mit, aber eben kein Herz. Kann jetzt hier stechen. Und dann gab es eben keinen Stich mehr, denn jetzt auf die folgenden 3 Karos konnte Hinterhand logischerweise auch noch seine fehlende Pik und Kreuz Karte abschmeißen. Ein Karo muss er bedienen, kann danach den 9. Stich stechen und mit dem Herz König den Sack zu machen. Mit anderen Worten, das Spiel blieb hier auf 54 stehen. Wirklich bittere Pille. Das sind natürlich auch so viele Punkte, das darf eigentlich, ja, das darf nicht passieren, wenn es zu vermeiden ist. Und in dem Fall, ich denke, es ist zu vermeiden. Die Frage, die Ron eben jetzt noch so gestellt hat, war das an sich erkennbar daran, dass er ursprünglich eben 5 Piken hatte und hier nur 4 Hertz, sprich, dass diese Hertz 2 zu 2 Verteilung ursprünglich, wo 4 Hertz fehlen auf nur eine 40% Chance ungefähr der Doppelläufer zählt, wo hingegen Pik auf eine deutlich höhere knapp über 50% Verteilung spielt. Und das ist so ein bisschen hier die Frage, haben wir hier dieses Ziegenproblem? Okay, kennt ihr das, das Ziegenproblem? Wer nicht, der googelt das mal. Da ist eben nämlich auch die Frage, durch eine Zusatzinformation, in dem Fall durch eine weitere geöffnete Tür, ändern sich da jetzt die Wahrscheinlichkeiten bzw. bleiben sie gleich? Und die Antwort ist in diesem Fall, ich musste da ehrlich gesagt auch wirklich nochmal drüber nachdenken, habe ich nie so richtig vorher gemacht. Ich habe es auch mal mit Fabian diskutiert, aber wir sind dann beide zum Schluss gekommen, Nein, es ist hier nicht vergleichbar mit dem Ziegenproblem. Das heißt, die Chance grundsätzlich, ob du Kreuz 10, Herz 10 oder Pik König ziehst, die ist identisch. Es fehlen jeweils noch zwei Karten. Der Unterschied eben zu diesem Ziegenproblem ist derjenige, dass es hier eben weitere Informationen gibt. Also dadurch, dass das Hertz Ass gelaufen ist mit den beiden Luschen, ist zum Beispiel diese 4 zu 0 Verteilung ja schon bewiesenermaßen widerlegt. Das heißt, anders als im Ziegenproblem gibt es hier echte Zusatzinformationen. Und deswegen ist vom Haus aus die Chance auf allen drei Farben erstmal gleich, dass die laufen. Aber hier gibt es natürlich mit dem Kreuz König eben diese extra Informationen. Und das hätte hier sicher die Entscheidung beeinflussen sollen im positiven Sinne. Aber wenn das eben dann mal nicht klappt, dann ist es eben auch wirklich Unglück. Zwei von drei wären gelaufen. Aber manchmal hast du es beim Skat, dass du eben auch noch in der richtigen Reihenfolge treffen musst, ohne weitere Informationen. Ja, und dann kann es halt auch mal in die Hose gehen. Gut, schönes Beispiel, schöne Idee. Wir sind, denke ich, alle froh, dass uns das hier nicht ereilt hat, dieses Schicksal, sondern wir das uns nur mal so betrachten können. Danke Ron, dass du so offen hier über dieses Missgeschick berichtet hast. Ich bedanke mich auch für eine Unterstützung bei Jan Christoph Müglich, bei allen Zuschauern, bei meinen treuen und neuen Patrons. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer, gut bleibt. GERKLINKEN 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 Untertitelung des ZDF, 2020